Die schönste Katze der Welt, hier aus Bernstein mit Mr. Bean. Light Mr. Bean, he is the best, hier im Netz. Attacke. Ja, wenn man sieht, steht hier alles 1 Euro, das heißt, das gesamte Inventar kostet 1 Euro. Deutsche Sprache sollte man auf bare Münze nehmen. Alles heißt 1 Euro, also insgesamt. Da müsste dann stehen, jedes Teil 1 Euro. Mal sehen, was würdet ihr sagen? Alles 1 Euro, wie gesagt. Nee, ich fand das gerade so lustig, bei euch steht alles für 1 Euro, das heißt, das gesamte Inventar. Nein, jeder Artikel kostet 1 Euro. Da steht alles 1 Euro. Ja, das bedeutet aber, dass jeder einzelne Artikel 1 Euro kostet. Ja, steht doch da, ne? Alles 1 Euro, da steht's. Ja, hallo meine Lieben, seid gegrüßt. Rowan Live muss ich auch mal persönlich sehen lassen. Und wünsche euch auch in diesem Sinne schon ein schönes Wochenende. Vorab, denn am Wochenende sind Flohmärkte und da muss man ja drauf eingestellt sein. Eine Taube ist hier in der Bäckerei, will einkaufen. Guck mal, wie süß. Oh, wie süß. Oh. Die ist ausgebüxt, das ist eine Zuchttaube. Da, die ist ausgebüxt. Da, die ist ausgebüxt. Das ist eine Briefttaube. Da, seht ihr? Das ist keine Wildtaube. Mann, 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 Mann. Oh, hier gibt's alle Hände voll zu tun. Bravo! Sehr gut. Sehr gut. Die ist mir ausgebüxt. Guck mal, die hat an beiden Beinchen so ein Ringe. Ja, euch all, mein Lieben, in diesem Sinne schon vorab ein schönes Wochenende und viel Spaß. Und nicht vergessen, schöne Minuten sollte man nicht verpassen. Das kann man nur durch ein Abo oder vor allen Dingen das Glöckchen betätigen. Das vergessen nämlich viele. I see you later. Again. All. I like you all here by you too. Und wie gesagt, sollte dir das Video gefallen, so könnt ihr mir da kurz bestätigen, durch euer Like. Und welche Kommentare hätten wir auch nichts einzuwenden. So, in diesem Sinne dann, bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, Surprise. Tschüss. 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 Tschüss.